Sag mal, wo wollen wir in den Kiez hier hinfahren? Mal in den Westen. Da sind doch auch Leute, die sich in ihrem Kiez vergessen fühlen. Im Ruhrpott gibt es Stadtteile, die gelten inzwischen als Nazi-Hochburgen, habe ich gehört. In Dortmund-Dorstfeld zum Beispiel. Hallo, wir sind die Rack und wir machen gern politische und musikalische Aktionen, um Träume einer freien und gerechten Welt durch Worte und Taten zu unterstützen. In den letzten zwei Jahren hat unser Kollektiv aus Bands, Solo-KünstlerInnen und Theatermenschen zwei Touren gemacht. 2018 in der Sächsischen Schweiz und 2019 in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben da zum Beispiel auf Promenaden, auf Märkten und in AJZs gespielt und viele spannende Erfahrungen geteilt. Deshalb wollen wir dieses Jahr wieder eine Tour machen. Danke an die Leute, dieses Schia, wenn wir probieren, dass wir mal gerade machen. Gegen Faschaus, AfD, CDU, Alerta! Mach die Augen auf, zurück, hau'n, nicht wegschau'n, kontra den Faschisten, wenn sie sich auf den Versteck traut. Das versteckt die gesellschaftliche Mitte, wahrscheinlich Parolen, werden schwer durch die Fertritte. Open your eyes, schließt euch zusammen, schlag zurück, bildet Banden. Für die Freiheit, für das Leben, kein Vergessen, kein Vergeben. Ja, dann lass uns doch da hinfahren. Ich mein, was brauchen wir dafür alles? So wie im letzten Jahr? Mit nem Bus? Nämlich dem Solibus? Und Benzin und Werbung? Und wir brauchen Essen und ne Küchencrew. Am besten die von letztem Jahr, die waren geil. Wenn wir zwei Wochen unterwegs sind, wer soll das bezahlen? Ja, wir machen das einfach wie sonst auch immer. Wir schicken Betty einfach mit nem Hut bei den Zuschauern rum. Na? Wollt ihr auch schon mal spenden? Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Küfer, Küfer, die Unterkünfte, das sind insgesamt drei, ist noch zusammenziehen, viel im Sinn. 5000 Euro! Ach du Scheiße. Da brauchen wir wirklich eure Hilfe. Einner boosting. Aber wenn du mit dem Augen angeht, weiß ich einenur. Okay, hier, zurück. Vielen Dank.